Hallöchen und willkommen auf carsharinggutschein.de. Ihr kriegt hier einen Woi-Gutschein, also 2,5 Credits. Ihr müsst einfach in die Videobeschreibung gehen von diesem YouTube-Video. Dort klickt ihr auf den Link und kommt entweder in den Apple Store oder Google Play Store. Dann ladet ihr euch die App runter und bekommt 2,5 Credits. Und das sind umgerechnet 2,50 Euro. Und das für euer erster Fahrteil, da könnt ihr dann eintesten. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viele haben nach dem Gutschein gefragt und jetzt könnt ihr ihn benutzen. Viel Spaß beim Fahren.